Thermoskanne. Wo ist die Thermoskanne? Da ist die Thermoskanne. Handkehrer. Wo ist der Handkehrer? Ja, es funktioniert wirklich nicht mehr. Egal, suchen wir was anderes. Fußpumpe. Hier. Ja, hier. Oh, okay, da ist der Handkehrer am Spitzel. Stimmt, das hier ist echt keine Fußpumpe. Ähm, da muss ich hier jetzt eine Fußpumpe sein. Schutzbrille. Die habe ich doch gerade gesehen. Das ist eine Sonnenbrille. Nein. Schnecke. Komm schon, Sonnenbrille. Da ist die Schutzbrille. Fußpumpe. Fußpumpe, Fußpumpe. Alter. Das ist voll gemein. Das ist eine Angelroute oder irgendwas anderes. Das war in der Richtung Wippenrader. Ähm. Ah. Ah. Okay, alles hier unten. Nein. Zwei Zapfen. Sternchen-Zauberstab. Wer könnte das auch ahnen? Zwei Sägen will der Gute hier. Da ist hier eine andere Säge. Da ist hier eine andere Säge. Und ein Angelköder. Das hier ist eine Angel, aber kein Köder dran. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Da hinten ist noch eine Perle. Da ist noch eine Perle. Und da ist noch eine Perle. Krass. Äh, zwei Zapfen. Da ist ein Zapfen. Ich weiß übrigens nicht, warum zur Hölle der 60 Euro für zwei Zapfen zahlt. Aber ich habe schon lange auch gehört, ihr irgendwas zu hinterfragen. Hey, da ist ein Verband. Achso. Ja, ne. Ich habe schon weiter gedacht. Was ist denn hier das Verbandszeug? Egal, suchen wir jetzt mal die Boxhandschuhe. Und den Tannen noch zweimal und dann möchte ich diese Aufgabe, äh, diese Aufnahme auch bitte schnell beenden, weil ich bin gerade irgendwie so ungeblieben. Krassäpfel. In der Vergangenheit bin ich oft nass in ihren Garten geschlichen wegen der Äpfel. Eines Tages erwischte mich ihr Großvater und nahm meine Taschenlampe. Er sagte, ich bekäbe sie wieder, auch wenn ich mich gebessert hätte. Ich habe mich jetzt gebessert. Habe ich echt. Könnte ich meine Taschenlampen nun wieder haben? Taschenlampen. Ich erinnere mich auch an die Taschenlampen. Was für glückliche Zeiten. Aber wir sollten sie ihm wirklich zurückgeben. Alter, wie alt bist du denn? Der Typ war garantiert über 80. Okay, 70. Und der Großvater, dass er sich noch daran erinnert, also dass er sich noch daran, dass er praktisch so lange zurückerinnert, also dass er so lange schon in den Dienst über dem Typ ist, sagt das nicht unbedingt viel Gutes über sein Alter aus. Also letztendlich, äh, 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 ja, alt wie, ja, noch was. 20 Perlen übrigens. Yay! So, jetzt noch so ein paar Taschenlampen, beziehungsweise Stirnlampen, die schon hier scheinbar auch als Taschenlampen gelten. noch eine. Wo ist die letzte, wo ist die letzte? Ah, hier ist Geld. Ähm. Letzte Taschenlampen, komm schon. Ich weiß, dass du's willst. Was ist die letzte Taschenlampe? Ach, Menno. Ham, ham, ham. Hier ist noch Geld. Muss auch immer noch eine Taschenlampe sein. Ah, den Termometer kann ich natürlich auch nicht aktivieren. Komisch. Jetzt, wo ich einen braunen könnte. Ey, komm schon, wo ist die Kacklampe? Ich will nicht so, also ich will nicht, äh, keinen Joker einsetzen. Was ist denn mit, äh, was hab ich bei dem ganzen verdammten Bildschirm angeklickt? Nein! Verdammt! Das hier vielleicht? Nein, das hier, das hier. Nein, das hier, das hier. Nein, das hier. Nein, nein. 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 Nicht irgendwie. An der Decke. Was ist mit ne verdammt fies versteckte Taschenlampe sein? Ach, ich geb's auf. Ich nehm einen, den weinen. Okay, so fies war sich auch nur versteckt. Ja, Gott, wegen den 25.000. Ups. Da hatte ich mich wohl am Headset gestoßen. Also da hatte ich wohl mein Headset angestoßen. Selbstverständlich werden wir die Taschenlampe zurückgeben. Klar. Dann sonnen wir erst mal unseren braun gebrannten Body. So, Geld. Als, ähm, eingesammelt. Als nächstes Tischlampe. Tischlampe, 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 Tischlampe. Hallo, Tischlampe. Da, Tischlampe. Boxhandschuhe. Ähm, Boxhandschuhe. Schere. 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 Ah, da. Schere. Schlüssel. 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 Strandball. Strandball. Lineal. Kein Lineal. Nein, das Lineal ist kein Lineal. Griechische Vase. Fächer. Sind wir Lineal? Ähm, ähm, ähm. Das Traurige ist, dass ich mich gerade einspiele. Und diese Zeit. Puh. 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 Ist ja unglaublich. Oh, Foto. Okay, das hier drüben konnte ich nicht, äh, richtig sehen. Oh, hier ist ein Thermometer. Gelbe Tulpen. Aber hier waren Fächer irgendwo. Nicht wahr? Ich sehe ihn gerade nur nicht. Nein, ich versuche mich immer so nahe zu kommen. Ach so. Mua. Messer. Topfpflanze. Klappmesser. Drei Farbpaletten. Wo ist die Topfpflanze jetzt? Hä? Hä? Ach, da hinten. Okay, ähm. Und dann als nächstes Gabel, Gürtel, Gürtel, Gabel, Farbpalette. Da brauchen wir noch eine Farbpalette da hinten. Und das Opernglas. Und Staffelei. Äh, Kirschen. Da brauchen wir noch zwei Kirschen und ein Opernglas. Wo ist das Opernglas? Das habe ich vorhin, glaube ich, auch irgendwo gesehen, aber das fällt mir nicht mehr ein, wo das war. Ach, da hinten. Unten. Ähm, und es sind noch zwei Kirschen. Da ist eine. Und die letzte. Wo ist die letzte Kirsche? Das ist keine von ihnen. Ähm. Ähm, 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 da. Gut. Damit können wir uns jetzt auch noch... Ich weiß gar nicht mehr was anschaffen. Ich glaube... Malstartung. Ja, ich glaube. Da stand irgendwas mit Austin und hat und vor. Hm. Ich nehme die Kaninchen, die sind so aus. Oh, boah, boah. Die auch. Ja, gut. Auch irgendwie ziemlich geil sind. Hervorragend, hervorragend. Die Figuren sind alle an ihrem rechtmäßigen Platz. Ich glaube, wir müssen jetzt doch noch mal hier was machen. Wie gesagt, keine weiteren Fragen. Wie gesagt, keine weiteren Fragen. Angelköder. Wie zur Hölle soll ein Angelköder aussehen? Soll ich jetzt einen Wurm suchen, oder was hier ist das für uns zu? Tennis-Schläger. Tischlampe safe. Ich glaube, der Tennis-Schläger kommt als erstes dran. Da. Äh, lineal. Der ist safe, der ist da. Die Tischlampe ist da. Ah, verdammt. Ähm, Hockey-Schläger. Okay, Schläger. Nein, der Angelköder. Egal, ähm, Hund. Hund, Hund, Hund. Scheiße, ich sehe nicht mal den Hund. Wo soll denn hier ein Hund sein? Das ist ein Hund. Ich dachte echt die ganze Zeit, das wäre ein Herz, ein menschliches Herz oder so. Okay, da sagt es nicht unbedingt viel Gutes über meine Psyche aus. Oh, da ist der Hockey-Schläger. So, nur noch der Angelköder. Und ich habe keine Ahnung, wie das Ding aussehen könnte, aber ich will keinen Hinweis verwenden. Da. Achso, so ein Schwimmer praktisch. Ja, okay. Übrigens, das Zeitlimit ist ja irgendwie ein Witz. Das ist ja letztendlich nur dazu da, die Punkte dann zu pushen.